Was wir also heute vorstellen und diskutieren, ist aus meiner Sicht eine gute Lösung in diesem Rahmen geworden. So sieht es Oberbürgermeister Markus Lewe. Die Stadt Münster hatte am 3. März 2020 den Anwohnerinnen des Hafenviertels in einer Informationsmesse das neue Konzept zum Hafenmarkt vorgestellt. Etwa 200 Anwohnerinnen des Hafenviertels waren gekommen. Wir gehen der Frage nach, was hat sich am Konzept geändert? Und hat das Konzept eine Zukunft oder steht am Ende wieder ein neuer Baustopp? Wir erinnern uns. Vor einem Jahr, im Februar 2019, hat das Oberverwaltungsgericht Münster einen Baustopp verhängt. Der damalige Bebauungsplan zum Hafencenter sei nicht rechtsgültig. Denn mit der Schließung der privaten Theodor-Scheibestraße sei nicht mehr gewährleistet, dass nicht zu viel Lärm und Abgase die Anwohnerinnen des Hansaringes belästigen würden. Die Stadt habe im Planfeststellungsverfahren die Schließung der Straße nicht berücksichtigt. Seitdem steht es still auf der Baustelle am Hansaring. Jüngst hatte der Münsteraner Stadtrat das Projekt mit neuem Konzept mit Stimmen von CDU, FDP, AfD und SPD auf den Weg gebracht. Die Stadt Münster sieht das neue Konzept zukunftsweisend. Stadtbaurat Densdorf erklärt das neue Konzept. Es sind viele Punkte verändert worden. Es gibt einen sogenannten Pocket Park, der als Aufenthaltsfläche für die Menschen da ist, die zum Beispiel ihr Eis essen wollen. Es wird ein neues Eiskaffee geben. Das einzelne Konzept hat sich maßgeblich verändert. Anstatt eines klassischen Nachversorgungsmarktes soll jetzt die Atmosphäre einer Markthalle erzeugt werden. Es wird eine Kindertagespflege in dem Vorhaben geben. Und es wird natürlich das, was bisher auch geplant war, viele Wohnungen entstehen, Dienstleistungen angeboten werden. Wir haben Parkplätze reduziert, damit weniger Verkehr entsteht, mehr Fahrradparkplätze geschaffen. Das alles hat sich verändert. Umstritten dabei ist zum einen, ob das Projekt nicht in vorhandenen Geschäften zu viel Konkurrenz macht. Stadtbaurat Densdorf sieht darin kein Problem. Was für uns immer wichtig ist, ist nicht Konkurrenzschutz. Das ist nicht die Aufgabe von Stadtplanung, sondern der Schutz von Zentren und zentralen Versorgungsbereichen. Dafür haben wir Expertisen eingeholt, die sagen, dass diese Zentren und zentralen Versorgungsbereichen, also auch die Stadtteilzentren, nicht gefährdet sind durch dieses Vorhaben. Rita Hemsing-Hüßmann ist Sprecherin der Initiative Platanenpower, die sich gegen das Projekt Hafenmarkt ausspricht. Sie sieht auch ohne Hafenmarkt das Hansa Viertel gut versorgt. Es ist überprüft worden, es gibt ein Gutachten der Stadt Münster. Wir haben eine Versorgung von über 100 Prozent. Wir benötigen nichts mehr im Viertel. Wir sind versorgt, überversorgt. Zum Zweiten ist umstritten, ob durch den Betrieb eines Hafenmarktes die Lärm- und Abgasgrenzwerte überschritten werden. Schließlich zieht der Hafenmarkt vermutlich neuen Verkehr an. Rita Hemsing-Hüßmann sieht daher die Probleme nicht gelöst. Nein, scheinbar überhaupt nicht. Ich hatte gerade ein kurzes Gespräch mit Herrn Lebe, hatte ihn auch darauf angesprochen, wie der Verkehr gelöst werden soll. Für mich ist das alles Augenwischerei. Der Verkehr geht weiterhin über den Hansaring. Angeblich kommen nur noch Leute, die dann in dem Hafenmarkt, E-Center, wie immer wir es nennen, nur auf den Weg zufällig vorbei und kaufen dort ein. Das ist für mich utopisch, unsinnig und unrealistisch. Stadtbaurat Densdorf sieht dagegen die Lärm- und Abgasprobleme gelöst. Dass das, was an Verkehr entsteht, erstens abwickelbar ist und von den Auswirkungen her auch zumutbar ist. Aber natürlich, allein wenn eine neue Kreuzung entsteht und eine Ampel entsteht, wird es an dieser Straßenecke lauter. Und deswegen haben die Menschen auch Anspruch, beispielsweise auf Schallschutzfenster in dieser Gegend. Und Densdorf sieht deshalb die Probleme auch nicht als spezifisches, sondern eher als allgemein städtebauliches. Das ist natürlich an einer Hauptverkehrsstraße mitten in der Stadt, die so dicht bebaut ist, ist das ein generelles Problem. Und das ist immer die Herausforderung dann auch einer guten Entscheidung, nicht zu sagen, dafür darf sich nichts mehr entwickeln in Münster. Die Stadt sieht sich auf guten Wege. Sie hätten die Kritik des OVG aufgenommen und sehen den Hafenmarkt an, als guten Kompromiss für alle. Wir haben selbstverständlich die Kritik des Oberverwaltungsgerichts aufgenommen. Wir haben, so hoffe ich, viel von dem verstanden, was die Menschen hier im Quartier beschäftigt. Die Hafenmarktgegnerin von Platanenpower sehen eher neue Klagen und einen neuen Baustopp auf dem Weg. Das, was das Oberverwaltungsgericht nuniert hat, findet sich auch in neuem Vorhaben. Verkehrsproblematik, Lärm ist nicht gelöst. Nach wie vor gehe ich davon aus, dass dieses Projekt weiter einen Baustopp erfahren wird. Deshalb will die Gruppe Platanenpower auch alles auf Neustart setzen. Man müsste neu bewerten, was das Viertel braucht. Sie sehen viele Alternativen für einen wie auch immer gearteten Einkaufsmarkt. Man kommt nicht drum herum, die Notbremse zu ziehen und die ganze Sache auf Null zu stellen. Also kein weiterer Versuch dort ein, wie auch immer, zu nennendes E-Center hinzusetzen, sondern einfach zu schauen, was braucht das Viertel, was verträgt das Viertel. Was wir benötigen, ist Wohnraum, Luft und Platz und vielleicht sogar eine Grünfläche. Man sieht, das Projekt ist weiterhin umstritten. Die Stadt sieht den Hafenmarkt auf gutem Wege und will 2021 wieder bauen. Die Gegnerinnen lehnen es weiterhin ab. Ob in ein paar Jahren dort ein neues Center steht oder ein neuer Baustopp gekommen ist, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.